Du weißt, was geht? Meine Frau sagt doch glatt, lehrt sie mich, sie muss von Grouten der Boss nehmen. Ja, okay. Ich kann es verstehen, aber da kann ich ihnen kostengünstiger Trick verhalten. Was dann? Sie nimmt so Klaupapier, und als ob das alle mal so über die Bossen reden. Ja. Ja. Und das hilft? Also, wenn meine Frau ein Mann sagt, ob die einen Foul holt.